Ja, es war ein hartes Spiel und wir wissen, dass wir sehr hart für unseren Sieg kämpfen müssen. Es waren viele Zweikämpfe und ich denke, es war eine gute Vorbereitung für dieses Spiel. In der zweiten Halbzeit haben wir eine ganze Halbzeit sehr gute Abwehr und laufen gut. Die Abwehr war bisher immer noch nicht so gut, so stark. Heute viel besser. Woran hat es gelegen? Ja, wir haben viel trainiert im Abwehr und heute haben wir bestimmt, dass wir kämpfen, kämpfen, kämpfen. Mit viel Kraft können wir alles machen. Das war unser Plan.